so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel und zwar geht es hier um contation wie man da oben sehen kann das noch in der beta und ja ich zeige euch das spiel jetzt mal ein bisschen das ist hier der black matrix ja wir wollen euch das spiel mal ein bisschen zeigen und hier ist schon irgendjemand auf dem server den kennen wir nicht keine ahnung du hast schon dieses creepy face ja ja wir werden dass wir eine runde gespielt hatten das auch mal eine runde aufgelaufen ich hab's auch mal im live stream gespielt aber jetzt würde ich mal gerne ein video dazu machen so ist hier doch noch geklingelt was geht hier ab ist auch nicht los oder also in dem spiel geht es eigentlich nur darum na gut das ist jetzt eine map also eine mission wir müssen aus diesem als brennt müssen aus dem polizei rev hier fliehen hier ist das ding und das doch löschen so jetzt kann ich das ding aber auch wieder fallen lassen oder gegen eigentlich schon mit ich glaube ich dafür nehme ich hier mit sonst eine strange der spiel ist voll leise so geht eigentlich ein zombie kaputt junge ich glaube mir kommt es vor als wenn die updates so die sounds hier bisschen für den arsch gemacht haben keine ahnung jetzt sterben hier direkt jetzt schon ok was scheiße oh fuck was sind wir denn jetzt wie wie nein ich hab ihn gerade weggeworfen scheiße hier war die türen auf ok fuck ich glaube ich hab meine waffe weggeworfen so musst du sie wieder hey lol ich habe gerade eine pumpgang bekommen lol ey ich glaube man sieht nicht mehr wo die waffen liegen echt nicht so wie wir es jetzt mal gespielt haben war ist jetzt ein neues update äh neue update äh neues update gekommen wo hast du die pappgang her ich habe keine ahnung vielleicht muss ich noch etwas gucken aber es ist eigentlich nicht genug einfach die ganze zeit F gedrückt und auf einmal habe ich das ding in der hand gehabt oder E oder oder auch immer komisch jetzt habe ich mal eine pistole weggeworfen ich mach mal Untertitel Ups Options, Audio, Untertitel, Full Captions und Subtitel ist auch nicht so hey jetzt ah es kommt jetzt lauter vor ok warum keine Ahnung in dem Spiel muss man eh nicht viel hören komisch war bestimmt verbuggt ja so ja hier liegt bestimmt noch irgendwas ja aber ich glaube man sieht das nicht mehr so stark ach ich hab man ok nicht sonst nischt oh alles klar hier ist hier ist hier ist ein anderer ein anderer Spieler noch ja oder der hat schon du willst Waffen der Ollo Hoshi oh hier sind die Schlüssel oh wir gehen da nochmal auf aufs Handy mit mit B mit B ja oh ach das bist du ach da ist das andere Spiel hier nimm mal die Schlüssel mit wo sind die da hinten da geradeaus da rutschen als hat er es genommen ah äh found some keys hopefully this will let us open some Doktors ok so es ist immer wieder random generiert wo also wo wir was als erstes finden wie wir dann am ende hier rauskommen und so weiter das ist immer random ja und ich glaube man kann jetzt sogar mit jeder Waffe ne äh ne Taschenlampe anmachen glaub ich ah das ist neues also auf jeden Fall mit der Pumpcon gehen hat vorher glaub ich nicht doch das ging mit der Pumpcon verdammt haha sonst noch irgendwas ne mensch hier muss doch bis immer was liegen hier muss doch mal bisschen Zeug sein oder was tja der eine Spieler oder die eine hat alles mitgenommen das geht doch so nicht ich will auch irgendwas haben ich will auch irgendwas haben man ja schade jetzt ist losgucken in welche Tür wir jetzt hier reinkommen und der Typ, der rennt immer irgendwo hin ja der hat glaube ich genauso wenig Plan wie wir ja aber wir bräuchten oh hat die Tür aufgemacht alles klar alles klar ist hier noch was? was? das ist bestimmt schon alles ausgesucht hier ach hier liegt es noch denkst du was? geil ich hab ne MP gefunden nice ich stehe da hin mit Tohle ne komm schon ah ne hier ist leider nichts mehr auch nichts Tohle ich glaub das einzige tödliche hier ist auch wirklich nur wenn du im Kopf reinschießt ne ich glaub schon also Körper geht auch aber das dauert ziemlich lange okay aber eigentlich wir haben doch gar keine SMS bekommen oder so leider bestimmt noch nicht draufgedrückt hier doch hier ist doch nichts passiert oder wie? ich glaub wir müssen jetzt irgendwas öffnen naja mal gucken also mitten hast du ne Schlüssel oder hat nur er jetzt einen? äh ich hab auch einen okay gut dann können wir beide ja trotzdem gehen hä wo wo bist du denn? schießt du da? ne ich schieß ned ne ne ach da das er das hier den fehlt eigentlich mal musst du aufmachen da kommst du hin da kommst du hin wo bist du hin? äh ich bin am Anfang so ich war noch da äh hhh am Anfang ach da was hi so wo? wie lang ahja ich denke mal hier die Tür auf weil ich krieg die nicht auf ja jo sehr schön ach ganz ein schlauer ja was liegt hier denn? ah da das Ding müssen die ich mir mit eingepackt hab ich mach hier das Ding mal an ich hab hier irgendwas aktiviert grade ich auch ey ach hier ist wieder so ne Waffe die kannst du ja aufsammeln aber bestimmt noch keine Ahnung dort was hätte Stuttgewehr ne? ach schweiz ich will doch nicht ach du scheiße kommen ein paar oh ja jetzt werd ich in Skype angeschrieben echt jetzt? ich versuche manche jetzt hier so beim vorbeigehen wegzuknallen ich meine ja jetzt gab vier Leute ach so nein jetzt hab ich mir ne Waffe freigelassen ach schau eben wo 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 jetzt gehts hier ja brechtig los bam das war ne Menge tschüss 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 ja da musst du hier immer im Kopf treffen ne ich net ach so ach so ich muss vorne stehen dieses scheiß mit dem Auto nachladen das geht ja hier gar nicht ja das stimmt zack bam oh nein ich muss nachladen ich brauche ich brauche irgendwelche Munition noch nämlich gar nicht zack so ich brauche wieder ne Axt jetzt noch einer so hoho tschüss weiter tschüss 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 ja stopp segur Clinton da müssen noch ein höher нет Das ist ja ein Lappen. Die Hölle kommt jetzt, ich brauch Munition mein Gott. Ah, hier hat doch noch ne Waffe zu. Fuck, ich muss nachladen. Gut, dass die grad nur auf euch gepolt sind. Oh nein, das ist einer auf mich. Zack. Ja, 30 Schuss hab ich nur. Bam. Ja, okay, die alte da, die kann. Der schafft das dann. Boah, wie oft soll ich hier noch auf den Kopf schießen? Alter. Ja. So. Alles klar. Gut. Hier liegt doch meistens irgendwas. Ja. Hm. Nee. Wie ein Hammer. Den kann man nicht aufheben. Den nehm ich mir gleich mit. Den kann man nicht aufheben. Achso. Okay, bisschen Munition gefunden, aber nicht viel. Hm. Ist auch nischt weiter. Okay. Aber hier ist noch was. Was? Nee, das waren alle. Pistole. Ja, die hatte ich aber schon. Guck, sieben Schuss. Immerhin etwas. Ich hab nämlich nämlich so gut wie nischt mehr. Ich hab auch gar nichts. Super. Super. Also ich hab noch. 22 Schuss für die MP. Und sieben Schuss für die Pistole. Das ist nicht viel. Ich hab jetzt versucht mir irgendwelche Tüte aufzumachen, dass wir irgendwo mal hier zufüllen. Ja, hier hin. Ja, hier hin. Nee, war das hier oder war das oben? Das war da oben, oder? Äh. Ich brauch' nicht. So. Nee, dann lass' wir hochgehen. Ja. Weg auch dafür. So, hier müssen wir, glaub' ich, sowieso rein, ne? Guard Station 3. Ja, hier ist Station 3. Nee, müssen wir reichen Ste... Naja, gar nicht stimmt, wir müssen einen 3. Stimmt. So, geh auf. Ja. Aber lass' noch nicht direkt drücken. Oh, oh, oh. Wow. Alter. Oh, fuck. Was macht der? Was, helf mir? Boah. Der hat mich gerade angefressen, Herr Spassi. Junge. Oh, hier ist Pumpgun-Munition, ja. Und hier ist eigentlich ein Waffenschrank, aber hier ist nischt drin. Oh, ich heule. Doch, ne Pistole. Also Moni, für ne Pistole. Sehr schön. Hm. Aber sonst ist hier nischt, ne? Ja. Na, ich glaub' nicht. Doch, ne. Ah, hier ist noch MG-Munition. Die Tür auf? Ja. 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 Ich glaub' mal, ob hier draußen irgendwas liegt. Ja. Geil. Ich hab ne M16 gefunden. Oh, Mann, jetzt toll, jetzt hat... Warte mal, wie kann ich Munition wegwerfen? Weiß ich nicht. Gar nicht, glaub' ich. Doch. Irgendwie hat's da... Ach da. Warte, warte. Ja. Da liegt aber... Hier liegt noch, äh, andere da. Oh, geil. Sehr schön, danke. Ich geh mal trotzdem erst mal eine Pistole nur. Ja. Oh! Ein Zombie. So. Wie haut man? Mit V. Oh! Ah! No ammo. Aua! Oh! Entschuldigung! Scheiße! Ach so ein Zombie! Hier liegt doch Pistolen-Munition, hier. Jo, dankeschön. So. Oh, da kommt hier alle durch. Durch den Aufzug. Ah! Fuck, ich werd' angebissen! Schnell! Au! Alter, was ist das denn für ein Zombie, bitte? Ach, da ist ein Spieler, oder was? Ernsthaft? Ich glaub' schon, ja. Ja. Ja, okay, ja. Ja, gut. Jetzt guck mal, wie viele da raufkommen. Boah, das ist so behindert. Ich hasse das. I know the way. Ja, dann geh' doch auch. Oh, da kommt ein paar Zombies. So. Alle drei fertig. Bist du denn hinterher? Ja. Ich glaub' den Pymus einfach mal hinterher. Ja. Er weiß denn, wie... Ach, ja stimmt. Nee, warte mal. Was müssen wir jetzt machen? Geh' einfach hinterher. Ey, ich werd' angebissen! Hilfe, 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 Hilfe! Schnell! Nein. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Nicht in mir ganz. Ja, ich bin tot. Alter, ich auch. Ja. Was sind wir Zombies? Junge! Boah, dieser scheiß Spieler, ey. Wie dich das aufregt. Wo kamen die denn immer her auf einmal? Alter, das ist so kacke. Mit diesen... Mit diesen Servern. Was sind wir denn vor und lang gegangen? Somehow in there. Ja, super. Jetzt sind wir verkackt. Also ich bin Zombie. Ich bin sowieso verkackt. Ja, ich hab' keine Muni mehr. Ich kann sie nur noch schlagen. Ich hab' sie! Ich hab' sie! Ja, ich fress' sie auf! Haha. Oh, sie hat mich kippt. Oh, ich schlag' sie. Ah, ich hab' sie totgeschlagen. Yeah, yeah. Toll. Ich will keine Ahnung, was ich machen muss. Wie lustig. Mann. Toll. Ah, da bist du! Geh weg! Ah! Du kannst doch springen, Alter. Junge. Alter, heute sind die alle... Alter, das sind alles Spieler? Ja. Alt, nicht im Ernst. So, ich bin auf dem Dach jetzt. Jetzt muss ich mich wieder hier frei bringen. Das ist das richtig scheiße gemacht, dass du... Als Zombie kannst du ja dann auch keine Türen aufmachen und... Na gut. Boah, Junge, Mann. Dann ist das auch schon zu Ende. Gut. Äh, denn... Vielleicht gibt's davon auch noch ein paar Videos. Mal schauen, wie wir Bock drauf haben, ne? Richtig. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!